Was kann man denn noch so schön bauen? Ich bin gerade überlegen, ob wir uns erstmal vor dem Regen schützen wollen hier. Ja, theoretisch können wir ein Feuer machen. Ja, das hält doch uns halt lange. Oh, ich hab mich verklickt, ich wollte hier draufklicken. Nein, aufwachen. Mann. Der Nachzügler. Schlafen? Nein. Tagebuch, schlafen. Nein. Kleines Feuer, okay. Kannst halt das Blueprint schon mal hinsetzen, aber bauen sollten wir es jetzt vielleicht nicht. Wir könnten es auch ein großes Feuer machen. Boah, ich... Die Steuerung ist noch ziemlich schwierig hier, es tut mir leid an der Stelle. Das ist gut. Sie ist unten auf dem Schlafen und der legt sich sofort einfach hin. Scheißegal, ob es hier schlecht geht und ob er neben der Hütte einpennen. Wir können bloß ein kleines Feuer... Hä, ich könnte doch mal ein großes Feuer machen. Musst du das vielleicht jedes Mal neu lernen? Ja, das könnte sein. Egal, komm. Nein, hier ist vielleicht eine Pfütze, das ist eine blöde Idee. Machen wir es hier hin? Aber da ist so weit weg vom Häuschen. Dann machen wir es hier hin, aber hier ist es trocken. Ja, mach es da hin. Ich geh die Stick-Sticks. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehntausend. Ganz oft ein Stick fehlt jetzt noch. Ne, wir haben hier hinten irgendwo noch Steppelkarten. Da ist noch einer. Ach. Oh, da war er. Ne, das war er. Ja, aber ich verstehe, was du meinst mit den Palmblättern. Wir haben auch einen Egel an der Backe. Seht man das? Ja, warte, zeige ich dir. Oh, unser Verband ist kaputt. Iiiiih. Hm. Weil Blutegel ja eigentlich gesund sind. Hast du unseren Verband gesehen? Ja, ist er weg? Ah ja, unser Bein ist auch abgeheilt. Ja, meinst du doch, der Verband ist ab. Ja, schön. Alles wieder Goodie. Sehr schön. Sind die Egel schlecht in dem Spiel? Weil normalerweise sind Blutegel ja nicht so das Schlechteste. Ich hatte direkt eine Warnung gekriegt. Achso, hat das verpasst. Dann könnten wir uns ja mal Zunderblättchen hier basteln. Handbohrer. Ah, ist so viel weißes schon hier. Verstehe. So, und jetzt brauchen wir bloß sowas, was wir entzünden können. Ein Blatt? Nie anders. Ja. Natter Versuch. Getarnt. Nein, wir haben hier kein Lagerfeuer. Das ist ein Wusch. Tja, theoretisch ein Pugelnest oder irgendwas. Ja. Wir müssen immer mal gucken, dass uns hier unsere Energie nicht ausgeht. Das ist mir sehr oft jetzt schon passiert in dem Spiel, dass ich eigentlich dachte, uns geht's gut und auf einmal... Total im Eimer. Komplett im Eimer. Mehr Tomaten-Mandarinen. Mandarinen-Tomaten? Was auch immer das für Zeug ist. Mandarinen-Tomaten. Okay. Könnten auch Urwald-Paprika sein oder so. Keine Ahnung. Ist da irgendwo... Tjip, 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 tjip. Tjip, tjip. Ne, wir gehen mal runter an den... Hm. Was ist denn jetzt am besten? Schlafen oder was sagst denn du als Expertin hier? Jetzt schlafen oder... Weitersammeln? Schwer zu sagen. Zeig nochmal deine Werte. Was hast du denn so für Werte? So, on the watch. Gelb sind Kohlehydrate, schätze ich. Genau. Kohlehydrate. Hm. Das ist schwer zu sagen mit den Früchten. Ich würde halt tatsächlich, wenn ich an deinen... Ich würde jetzt mal diese Frucht da probieren, von der wir jetzt so viele schon gefunden haben. Einfach aufgrund der Tatsache, ob die was bringt oder nicht, weil die wächst halt überall um dich rum. Am Ende ist die aber schlecht. Die da, genau. Ne, nicht Kokosnuch. Ja, die da. Probieren wir was. Unbekannte Frucht. Plus sechs Kohlehydrate, plus acht Wasser. Das ist doch schon mal sehr gut, weil wie gesagt, die wachsen überall um dich rum. Das ist gut, ja. Das heißt, du könnt... Wie lange dauert... Wie lange halten die denn? Haben die ein Haltbarkeitsdatum? Ich meine, wir machen mal ganz kurz folgendes. Das ist auch schlau. Warum denn nicht? Also ganz ehrlich. Wer hat der kann? Achso, halten. Genau. Nicht noch eine essen. 15 Stunden. 15 Stunden. Dann würde ich... Die Dinger halten, bloß noch eine Stunde. Oh. Probier sie. Ganz ehrlich, dann wissen wir es wenigstens. Guck mal, die sind nämlich auch super. Ja. Dann würde ich die auf jeden Fall essen. Hämmern wir uns hier rein, jo. Was ist denn da unten? Das Dreieck? Ach nee, das heißt nur, dass die hoch geht. Okay. Dann würde ich jetzt gucken, was verfällt, während wir schlafen. Die nehme ich bestimmt auch. Guck mal, die verfallen nämlich auch. Ess die auch mal noch schnell weg. Die Mandarinen und Tomaten. Wäre schön, wenn man die betiteln könnte jetzt noch. Nachdem man sie gegessen hat. Kommt bestimmt. Warte mal, wir können ja ins Buch. Wir haben, glaube ich, noch nicht genug davon gegessen. Kann sein. Tabak. Unbekannte Frucht. Oh. Oh, guck mal, da ist noch nicht mehr entzifft. Das ist aber schlecht. Töte Parasiten. Das müssen wir uns merken. Ja, siehste mal. Einfach auf mich hören. Ich bin da expert. So, was... Der Rest hält noch. Guck mal, ein Tag bis zum Verfall. Ein Tag bis zum Verfall. Die ist ja sowieso noch... Ah, die ist eh schon leer. Und die 14 Stülpen. Ja, dann kannst du dich jetzt mal ein bisschen hinlegen. Wenn es bis wieder hell wird. Fauen wir das. Und dann... Ich entwickle eine Speichermacke gerade. Ach, alles gut. Weil deine Energie unten, die fällt auch schon um die Hälfte jetzt langsam. Ach, die. Ich denke, es reicht. Was soll denn der etwa... Ja, guten Morgen. Morning. Komm rein hier. Was ist denn unten links da, das Köpfchen? Gefällt mir nicht. Das hat so wird geblinkt vorhin. Das ist mein Horn. So. Das ist leer. Super. Glückwunsch. Ah, nein. Was ist das denn? Ein Wurm. Der Entwurm. Ein Wurm. Schon wieder ein Wurm. Ich habe mir jetzt, glaube ich, in jeder Runde, die ich gespielt habe, einen Wurm zugezogen. Das liegt daran, wenn wir schlafen. Ich glaube, wir müssen auf einem Bett schlafen oder irgendwas, sonst kriegen wir einen Wurm. Ah, hallo Wurm. Ja, der ist... Hallo Wurmi. Wie werden wir den Wurmi los? Äh, wir müssen den jetzt rausschneiden, glaube ich. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das ging. Ach, Mann. Katze und Schramme. Wurm. Geistige Gesundheit minus drei. Das ist aber schön. Womit einer Knochen- oder Fischnadel entfernt, schmerzhaft und die geistrische Gesundheit leitet. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt mal runter zum Wasser. Wir haben ja unseren schicken Speer. Und holen uns ne... Die Fischi. Die Fischi, ja. Die unbekannt. Ja, die ist gut gegen Parasiten. Genau. Hab ich gelernt. Oder gegen Gormo, hoffentlich. Ja, wahrscheinlich nicht. Oh, Mann. Beikommst du... Was haben wir denn jetzt noch? Ausschlag. Tagbucheintrag. Ausschlag. Wo kommt der denn jetzt her? Da waren irgendwelche Viecher. Oh, nee. Irgendwelche Bienen oder Zeugs. Hallo. Ach, Mann. Biologie-Unterricht hier. Ekel-Ausschlag. Ekel-Ausschlag. Eigenschaften, beschleunigen Heimungsprozess. Ja, dann, äh... Obbald haben wir ja schon mal. Warum bloß noch ne Pflanze? Ja, was sollte das für ne Pflanze sein? Weiß ich nicht, aber ich würde trotzdem unseren Plan verfolgen, weil... ...der Körper kümmert sich von alleine da drum. Anti-Haschisch-Pflanze. Anti-Hestaminisch. Böses Wort. Unbekannte Pflanze. Tabak. Molinärer ist es schon mal nicht. Nee. Geronimo! Also siehst schon, es ist gar nicht so einfach. Uns versucht hier wirklich der Dschungel an jeder Ecke und Kante zu töten. Ja, und deswegen heißt es ja Green Hell. Ist ja naheliegend. So, guck mal. So. Wo macht uns halt alle? Guck mal, die geistige Gesundheit hier. Ja, ich weiß auch. Wäre ja schlau, gegen den Strom zu laufen, ne? Weil die Fische ja wahrscheinlich an mir vorbeischwimmen. Hm, ich hoffe, da sind halt welche drin. Da esse ich keine. Oh, ein Stein. Nein. Ihh, hab ich jetzt schon mehrere Würmer? Ne. Ne, aber du verschwendest Zeit, wenn du ständig guckst. Ja, entschuldige. Ist ja nicht schlimm. Ich mein ja nur. Der Stein. Warum ich das jetzt mit dem Steinmesser nicht raus spitzeln kann, ist mir natürlich auch fragwürdig. Ja, du willst dir ja nicht den ganzen Arm absägen. Ja, das wäre wahr. Weißt du, wie grob dieses Ding ist? Es gibt schon Sinn, aber... Ja, dass man sich den so schnell einfängt, ist halt echt übel. Wird mal wissen müssen. Du kannst jetzt natürlich auf den armen, kleinen, unschuldigen Tapir da rechts von dir losgehen. Der jetzt da hinten verschwindet gerade. Ohne. Nee, aber die krieg ich doch niemals, oder? wobei jetzt laufen wir wahrscheinlich am rand und dann kommt eine schlange oder so ist das ist sogar hier für mich als survival expertin wirklich sehr tricky dieses game hält sehr viele gefahren und sehr wenig gefahren linderung bereit aber es ist auf jeden fall spannend also ich muss sagen mag sehr mag sehr und ich würde hier gerne mal ein bisschen auf den grünen zweig kommen deswegen glaube ich jetzt hier auch nur am boss entlagen wir uns zu weit entfernen finden wir unsere base nicht mehr ich weiß schon ich dachte ich hätte ihn getroffen ersten grafik für den spiel gefunden ja warum da geht halt das wasser runter ach himlarschen zwirn hätten wir doch irgend anderes tier jagen sollen ja mal gucken was wir noch haben und glaube ich nur wenn ich es richtig gelesen haben vorhin so eine falle bauen durch ihre erschlagen kannst du kriegen knochen dann ist uns auf jeden fall beeilen sonst wirst du mit sicherheit gaga jetzt nicht runter springen ja mit mir den weg noch zurück ja einfach von den großen berg wieder zu laufen ja wird schon immer da unten haas in der rüschung fischis ja fischi oh gott du willst nicht abrutschen jetzt dum 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 ich bin mir nicht ganz sicher was denn ich glaube fischer fangt ja jetzt mal ohne witz ich glaube wir treffen den nicht oder ich glaube du kannst einfach mit dem sperr keine fische fangt sein ich glaube irgendwie auch oder ok dann sollten wir jetzt schleunigst schleunigst irgendetwas anderes erlegen damit wir knochen kriegen ja ja naja 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 denkst du den auch nicht drassen es ist aber auch schwer schnell 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 rindin auch hier durchsteckt Ich frag mich wer hier schneller außer Puste sicht oder der ja ja je immer da wieder hoch. Du findest nie wieder zurück. Sonst. Ach, Mann. Hatten wir den Wurm, nachdem wir gespeichert haben, oder davor? Ja, äh. Ist eine berechtigte Frage. Naja, wir können es ja weiter versuchen und müssen halt dann einfach laden. Ein Flugzeug. Eine Schlange. Eine Schlange. Eine Schlange hat keine Knochen, oder? Klingt erforderlich. Knochen, glaube ich, oder? Nein, wir haben aus allen unseren Steinklingen was gebastelt. Aber wir haben genug Steine, um eine zu basteln. Ich hab einfach mal... Und wir sind vergiftet und überhitzt und keine Ahnung, was da unten alles noch blinkt. Hat sie mich gebissen, meinst du? Ja. Scheiße. Aber wir haben Essen. Und jetzt? E zum Sammeldrücken. E zum Sammeldrücken. Achso, ich hab I verstanden. E. Ja, I auch, aber E. Aber man sieht doch gar nichts. Komm, ist doch zensiert hier. Unser neuen Freund, Sneaky. Haben wir uns direkt wie Spaghetti's reingezogen hier? Klapperschlangen, Fleisch roh. Echt? Wo? Jetzt gucken wir erstmal, was wir uns hier zugezogen haben. Da ist halt immer noch... Nee, das ist der Schlangenbiss. Ach schön. Und den müssen wir ausschälen, oder? Ich hab... Oh, da ist noch ein... Hallo, Egel. Ah, kannst du... Was denn? Ein Egel auf den Schlangenbiss wäre bestimmt schlau gewesen. Nee, oder? I. In Real Life funktioniert das. Solche Experimente fangen wir gar nicht erst an. Es ist ja schön und gut, dass du das hier in deinen Survival Games so handhabst. Was machen wir jetzt gegen den scheiß Schlangenbiss? Ausschlag, ja. Egel. Fieber haben wir auch noch. Auf natürlicher Weise bekämpft. Die Herrschung einer Pflanzenillusion, die natürlich das Fieber senkt, beschleunigt den Heilungsprozess. Ja, den müssen wir halt erstmal rauskriegen. Wurm, wissen wir schon. Ja, der nett meldet sich ja auch massiv zu Wort. Äh, äh, so. Dann guck jetzt mal, was du gesammelt hast. Von der Schlange. Mach nur da unten schlank. Ess mal das Parasiten-Ding. Ey, du hast das Schlangenbiss gesehen. Ey, beim Essen. Unten. Ja. Ganz unten. Ach ja. Stimmt. Erstmal die Parasiten-Frucht. Vielleicht bringt's ja was. An die Parasiten-Frucht. Oder, so spät. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kannst du die zermatschen. Probier das mal mit so einer, ob du die zermatschen kannst. Naja. Naja, oder? Nett gedacht, hat nicht funktioniert. Achso, vielleicht doch. Ein Matsch. Matsch. Leider nicht. Wir klappen können. Es regnet auch schon wieder. Ich hab auch den Eindruck, das kannst du ja mal, äh, gerne verfolgen in Green Hell. Ja. Wenn es regnet, steigen die Flussläufer. Äh, ich glaube. Es kann aber auch einfach sein, dass das... Piep, piep, piep. Ich hab's nicht gesehen. Da war, glaube ich, irgendwas nicht so gut. Ja, unser Herz steht auf. Aber wir sind vergiftet. Ja, wir sind halt vergiftet. Okay, dann, ähm... Von dem Schlangenbiss gerade. War das glorreich, glaube ich, jetzt die erste Runde? Nicht heilen können. Wir könnten natürlich laden. Achtung, ich hab schon wieder einen Schlangen gehört. Ja, hilft ja nix mehr. Ich versuche ja noch so'n Tab hier zu erlegen. Aber ich denke, wir können auch direkt laden. Guck mal, wir brechen gleich zusammen. Warten wir auf den Deathscreen, ja, oder? Ja, ich glaube, es war nix. Hui. Ah, hier. Nein, da wären bestimmt Fische drin. Klar, das Wasser. Zack, wir sind gestorben. Spiel laden. Einen Tag überlebt, gereist 2,2 Kilometer und erbrochen haben wir uns nicht. Ja, man kann sich in dem Spiel auch brechen praktisch nicht. Naja, aber immerhin haben wir jetzt schon mal das Wissen, dass die komischen Riesen-Lychies... Hörst du auch noch den Herzschlag? Mhm. Creepy. Dass die komischen Riesen-Lychies schon mal gut sind gegen Parasiten und dass man diese Dschungel-Paprika-Dinger auf jeden Fall essen kann. Und, äh ja, es war vorm Schlafen. Wir sind wurmlos. Ja, wir sind wurmlos. Wurmlos. Also ich glaube, wir sollten auf jeden Fall uns ein Bettfeuer bauen, bevor wir hier irgendwie schlafen. Aber da macht der Unterstand eigentlich keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen. Hä, was sollen wir denn gegen Wurmum machen? Schlaf nochmal. Jetzt mal ohne Witz. Ich meine, wir haben ja gespeichert. Speichere nicht nochmal. Schlaf einfach. Wir gucken direkt am nächsten Tag. Lass den mal durchschlafen. Lass den mal schlafen? Nein, einfach schlafen. Einfach schlafen. Ja, und? Aber gut für den Koffi. Jetzt haben wir wieder einen Wurm, oder? Ja, Eintrag Wurm. Ja. Okay, aber die sind noch ein bisschen weiter hinten. Toll. Super. Dann laden wir nochmal, ne? Ja. War ja jetzt nur zum Abchecken. Also kriegen wir einen Wurm, wenn wir schlafen in der Bauhausung. Hm. Hm. Oder meinst du, es ist so gescriptet, dass man beim ersten Schlafen immer einen Wurm kriegt? Ich weiß auch nicht, aber geh nochmal bitte ins Baumenü. Kurz. Ähm, was können wir denn alles da, oben ist doch Pfeilen, oben drüber, über dem Haus. Genau, Steinfalle. Ja, kleiner Stock, großer Stein und ein Seil. Haben wir noch mehr Pfeilen, weil unten ist ein Pfeil, oder ist der einfach generell da? Nee. Haben wir noch nicht weiter. Da haben wir noch nicht mehr rausgefunden. Und man kann ja halt hier so ein Bett bauen. Ja, ja, ich hab's da. Hier, das Palmbett. Aber das kann man halt, das ist so groß, das passt ja ja nicht in die Hütte. Nee, das macht doch keinen Sinn. Vielleicht sollte man doch, äh, dann dieses richtige Dingsbums bauen. Oh, ah man, ich drücke mal die falsche Taste, entschuldige. Naja, aber das Ding, was du jetzt gebaut hast, da das Zeltähnliche, das ist ja einfach dafür, würde ich jetzt sagen, Ja, aber das ist doch auch dafür da, dass man einfach sich schnell was bauen kann, oder? Ja, denke ich auch. Weil der Unterstand jetzt hier ist ja schön und nett, aber das interessiert doch keinen Wurm. Weißt du, wie ich mein? Ach, das Bett nicht meinst? Naja, sind wir doch mal ehrlich, das hält doch keinen Wurm ab, oder? Nee, irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Wurm gerade los ist. Der Wurm wurmt mich. Hahaha. So, okay. Ähm, die Liane hat mir ja schon eingesammelt, die sammeln wir jetzt wieder ein. Was wir jetzt machen können, ist, statt zu schlafen, erstmal uns was suchen, womit wir den Wurm eliminieren könnten. Ey, wir können auf jeden Fall mal so eine große Falle irgendwo aufstellen. Ich weiß halt nicht, ob das was bringt. Das ist eine gute Idee. Allerdings dann weiter unten am Fußlauf wieder. Vielleicht liegt es auch am Regen. So. Wenn nicht bei Regen schlafen dürfen, oder was? Hm, ich weiß es nicht. Wäre jetzt so eine Vermutung. Aber wie geil der Regen aussieht, oder? Das müssen wir auf jeden Fall, hm. Das ist echt schön. Vor allem auf den Blättern auch. Geil, das reflektiert jetzt in der Nacht. Das ist echt schön. Naja, da sind wir die erste Runde schon gestorben. Hm. Aber ist ja nicht schlimm. Ich hab dir ja vorher versprochen, wenn du hier mitmachst und so, dann werden einige, einige, einige Folgen rauskommen. Klar. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ist auch ein sehr, sehr gutes Spiel, muss ich dazu sagen. Ich find's auch sehr, sehr cool, dass es so verschiedene, so viele verschiedene, ich sag mal, natürliche Gegner gibt. Ja. Gerade, egal ob es jetzt die Blutegel sind oder Gift und was weiß ich nicht alles. Wir haben ja gerade schon einiges gesehen. Da gibt's bestimmt noch mehr. Das ist auf jeden Fall ein sehr geiles System. Was haben wir denn da? Oh, ein toter Papagei. Hey, den kann man doch bestimmt auseinandernehmen. Der hat doch bestimmt Knochen. Dann können wir schlafen. Und, äh, wie? Mit Messer oder was? Ich, ja. Okay, dann müssen wir uns erstmal ein Messer machen. Wir haben nicht genug kleinen Steine, oder? Ne, wir müssen mal Steintchen sammeln. Ja, Stein eines Survivalers liebst es gut. Mir passiert es auch immer, dass ich mich in Green Hell zeitlich vergesse. Was sagt denn die Uhr? Wie lange sind wir denn schon im Dschungel? Äh, wir sind jetzt tatsächlich knapp 40 Minuten schon unterwegs. Nö, ja. Aber, ja. Das ist halt heftig. Das ist Survival. Irgendwie noch nix geschafft hier in den 40 Minuten. Das ist normal. Hübsch. Ich glaube, es ist besser, wenn wir umkehren. Sind nicht allein. Wie hießen die? Ich hab's schon wieder vergessen. Habawaka. 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 Scht. Waka. Warum flüstern wir eigentlich? Damit er uns nicht hören kann. Ach so. Gibt's den? Ja. Wir brauchen noch einen Stein. Scheiße. Wir brauchen noch einen Stein.